Moin moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zu Road to Commander in Infinite Warfare. Heute gibt es noch mal eine Runde in Frontmodus auf der Map Throwback. Ich habe mir heute die Rüstungsklasse seltener noch mal eingepackt als Krieger-Variante und spiele dann noch mal mit dem LMG, und zwar der Raw. Und aktive Mission habe ich gerade, ein Abschuss per Volltreffer. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich ja heute noch mal einen Headshot hin. Ein oder so. Einer reicht. Einer reicht ja, dann hätte ich das schon geschafft. So, ist gerade hier eine Unterbrechung. Das ist auf jeden Fall dann schon mal ein gutes Zeichen für eine neue Runde. So, und dann geht es auch gleich los mit Front of Throwback. Die Raw habe ich auch so ein bisschen umgestellt. Ich habe da jetzt mal einen Schalldämpfer aufgebaut. Mal gucken, wie das funktioniert. Schalldämpfer im Griff. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Ja, ja, ich bin wachsam. Noch. Okay, dann geht es gleich los. Front-Modus. Allgemein und jetzt mittlerweile spiele ich den Front-Modus eigentlich gar nicht ganz gern, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen, oftmals ein bisschen ruhiger. Nicht so viel Stress. Genau das Richtige für mich in meinem Alter. Das ist aber ganz schön. Einer hat hier weiter in die Mitte gelaufen. Er ist tot. Na, der hat überlebt, aber du lebt. Okay, auf ihn. Mittelgang. Double Kill. Hier aufpassen. Da sind auch welche. Hier da oben? Nee, da unten. Marvin noch. Nein. Huiuiui. Das war aber sauknapp gerade. Marvin. Marvin. Nicht mehr viel Leben. Komm, lad mal auf. Nein, da bin ich tot. Schade. Wie viele Punkte haben wir? 52. Na komm, holen wir noch mal den Warden raus. Oh, da. Der stirbt nicht. Das sah das aber nicht ganz gut aus vom Ziel her. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Verbündete Konto Drohnen auch. Okay, da hockt einer. Gute Sicht. Einschlag zu Nenah. Abschuss. Kommen die wieder da raus. Jupp. Einer weniger. Mittelgang. Kommt der? Nee, der wurde schon da aufgehalten. Danke. Na. Bin ich noch gestorben, aber Double Kill habe ich noch trotzdem noch gemacht. Okay. Ich behalte mal die Drohne für die nächste Runde, glaube ich. Wir haben jetzt schon 80 Punkte. Sieht ja nicht so schlecht aus. Ist da lang reingelaufen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Keiner mehr da. Okay. Nein, 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 nein. Wird verfolgt. Okay, der ist tot. Kommen noch vier Punkte, dann war's das. Die verbesserte Drohne da noch eben rauszuhauen. Das war aber ein bisschen, ein bisschen Verschwendung, oder? Weil die Runde jetzt halt vorbei war. Okay. Sniperkill. Das Visier sieht nett aus. Da weißt du auf jeden Fall, wo du hinschießen musst. Bei den ganzen Strichen da. Bitte hier, bitte hier. Schießen da. Da, wo das X ist. Okay, nächste Runde. Hat er 17,3, habe ich. So, jetzt kann ich auch mal eine Drohne raushauen. Die Stelle, wo ich da stand, war aber voll angenehm. Nein, da sind zwei und ich kriege gar keinen. Feindliche Luftschläge, oh mein Gott. Kannst du mal warten? Das war ein Versänger. Guck mal, die haben sich das, glaube ich, alles aufbewahrt für die zweite Runde hier, oder? Die hauen jetzt alles raus. Da ist keiner. Aus dem Fenster ist einer rausgesprungen. Ärgerlich. Ah, er ist schnell. Ah, der war nicht auf dem Radar. Wie immer läuft die erste Runde richtig gut. Und jetzt hier in der zweiten Runde läuft es dann wieder nicht so gut. Siehste? Jetzt mache ich aber den gleichen Fehler wie die Gegner und laufe da immer durch den Gang. Ah. Was ist denn das immer, dass man immer die zweite Runde verliert? So hart. Verbündete Kontradrohne online. Okay. Oben drin ist noch einer. Immer noch. Da ist niemand. Hast du ihn jetzt rausgeschossen da aus deinem Haus? Ich hoffe doch. Komm. Ich will nicht nochmal Front verlieren in der zweiten Runde. Das hatte ich jetzt oft genug. Hier ist schon deren Spawnpunkt. Warum kommt aber keiner raus? Die laufen alle da hinten rum. Oh, oh. Er kommt hier. Und er kriegt mich sogar. Nice. Nice, nice, nice. Er ist oben reingesprungen. In eurer Nähe. Der Feind hat eine Kontradrohne gestapelt. Nein. Das mache ich kein Doppelkills mehr. 20.9 schon. Wie krass die wieder rankommen von den Punkten her. Die Hälfte ist geschafft. Weiter. Okay. Den haben wir. Feindlicher Warden nähert sich. Schon wieder in Warden. Aber das könnte jetzt nochmal richtig hart werden hier am Ende. Okay, da kommt gleich wieder raus. Solange sie noch drinstehen, habe ich da keine Chance. Verbündete Kontradrohne online. Verbündete Walscher im Kampfgebiet. Kommt keiner. Okay, in die Kniescheiben geschossen. Hat geklappt. Ich kann hier nicht weiter weg. Zum Scheiß. So kommen die doch niemals da rausgelaufen. Ich mache meine Rüstung mal an. Okay. Ja, aber der... Hier ist halt die Tür. Ist halt ärgerlich. Feindliche Drohne. Kämpft weiter. Wir wollen gewinnen. Okay. Echt aufpassen. Okay. Zweiter Warden hier. Oh, oh, oh. Na, die Granate. Noch zwei Punkte, Leute. Komm, mein Warden. Der macht mir schon auch nochmal Abschüsse. Ja, sieht gut aus. Ah, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Schöner Headshot. Schöner Headshot. Und ich bin Erster. Ich bin Erster. Da kann man schon mal die Arme verschränken. Ich habe gespielt 29 zu 10. Zwei Wardens. Nice. Habe ich auch noch nie. 29 zu 10. In Frontmodus. Bin ich zufrieden mit. Wenn ihr auch zufrieden seid, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann, ähm, ja, macht das auch nichts. Aber ich würde mich selbstverständlich drüber freuen. Ja. So, zwei Wardens. 29 zu 10. Frontmodus. Mit der Raw LMG. Mit Schalldämpfer funktioniert das auch ganz gut. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Und sage wie immer, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Road to Commander. Macht's gut. Ja. B Return. float'n ist. Okay,